Mit unserem Unternehmen aus Geildorf stellen wir sicher, dass Ihre Immobilie und das dazugehörige Grundstück stets gepflegt erscheinen. Wir nehmen zum Beispiel die Gebäudereinigung in die Hand oder kümmern uns um die Grünanlage. Wenn Sie uns beauftragen, müssen Sie sich um all diese Arbeiten nicht mehr kümmern. Unsere Mitarbeiter arbeiten gewissenhaft und werden alles so erledigen, wie Sie es sich wünschen. Zuvor schauen wir bei Ihnen vorbei und unterbreiten Ihnen einen fairen Preisvorschlag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017